Einen wunderschönen guten Tag, ihr Schein-Asylanten und willkommen zur einer neuen Folge Minecraft Monster. Mein Name ist BassinatorLP und das ist Minecraft Monster. Und so, Modpack, verstehst du? Hier haben wir ja wunderschönen... ach, ist das schön. Ach ja, ja, das blaue Glas, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ändere ich vielleicht mal noch so. Aber jetzt muss ich erst mal gehen. Jetzt hatten wir gerade nichts anderes zur Hand. Und gelb. Ja, wir könnten auch rot, gelb, grün und weiß nehmen. Habe ich jetzt gerade hier. Das könnten wir natürlich machen. Einfach nur weiß, gelb, rot. Ja. Lavendel habe ich jetzt gerade natürlich nicht im Überfluss. So. Ja genau, hier, da lang können wir ja vergessen. Ich mache das mal geschickt gleich wieder zu. So wie ich Rohstoffe habe dafür. Was ist denn auf Steam wieder? Für ein Spiel auf meiner Wunschliste gibt es ein Angebot. Gibt es ständig. Ich habe eine riesen Wunschliste auf Steam. Da hast du immer irgendwas im Angebot von. So. Limestone. Amor hatten wir auch irgendwo, ne? Ähm, dich will ich nicht. Du bist dirty. Dirt will ich nicht. Rumpel die Pumpe und weg ist der Kumpel. Lade da. Ich mache mal hier noch ein bisschen Licht. Lups. Ding. Ach schön. Kann man sich nicht einfach in dieser Musik verlieren. Lauscht den Klängen. Lauscht ihnen. Es ist ein Traum. Ein Traum. Der Wirklichkeit wird. Es ist Minecraft. Was mache ich denn? Es ist Minecraft. Eine Welt. In der einfach alles möglich scheint. Eine Welt. Wie es sie nie gab. Eine Welt. Der Stille. Ja. So. Äh. 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 Jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Mit meinem kleinen Ausbruch. Der Gefühlsduselei. So. Ähm. Ich bin gerade selber. Weiß nicht mehr. Was ich tue. Dieser Rockstar Organic. Nehmt den nicht. Da sind Drogen drin. Und ich glaube da sind Drogen drin. Da ist irgendwas drin. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das kann nicht normal sein. Das kann nicht normal sein. Das kann nicht normal sein. Jeder Schluck macht mich paranoider. Dennis. Ey. Überall sind sie. Überall. Sie belauschen mich. Sie belauschen mich auch jetzt. Auch jetzt. Während ich zu euch spreche. Ach nein. Es ist normal. So. Mensch. Wir haben auch hier. Die muss natürlich noch. operativ entfernen. Wenn ich mich in diese Richtung baue. In diese. Genau in diese. Ja. Ja. Ich weiß. Hier ist eine Höhle. Ich stehe gerade drin. Muss man aufpassen. Wie weit? Ha. Hier sind wir. Hier sind wir. He. He. So. Also das wird jetzt quasi. In dem Falle. Muss ich niesen. Ja. Muss ich. Ja. So. Hm. 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 Ach ja. Ich habe hier noch gar nicht. Oh. Cool. Wunderschön ist das. Wunderschön. Alles mit sieben Euro in der Südtribie. nur nicht zu finanzieren. Das ist ja so. So. Ja. Ja. Ähm. Jetzt läuft die Nase. Verdammte Scheiße. Was ist das hier? Ist überall Limestone, aber da vorne ist ja Marmor. So. Jetzt würde ich aber hier erstmal. Oh. 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 Alter. Ich sollte nicht so schnell bauen. Ich kann es nicht. So. Es ist nie geschehen. Ja gut. Noch ist es geschehen. Noch sieht man es. Irgendwann ist es nie geschehen. Ähm. Ich brauche doch noch mehr Fackeln, ne? Aber jetzt ist es ja nicht mehr so schlimm. Jetzt haben wir ja. Kohle. Oh. Ach. Kurva. Verdammt. Ich nochmal hier. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Gleich sehe ich, warum das wieder was hier. Ich sehe doch nur ja nichts. Nichts auch immer. Na geht doch. Warum nicht gleich so. Jetzt rechnet das auch noch draussen. Und der ist die Scheiße kaputt oder was? Alter. Willst du mich denn ficken oder was? Kann doch nicht wahr sein. Alle fünf Sekunden ist hier die Kacke kaputt. Ich muss doch auf Eisen irgendwann umsteigen. Ich muss dringend mal auf Eisen umsteigen. Aber so viel Eisen habe ich nicht. Wohl. Ich habe im Rucksack. Habe ich neun. Daraus kann ich 18 Eisen machen. Eisen. Wir gehen mal Eisen machen. Wir gehen jetzt Eisen machen. Hallo Regen. Schön, dass du da bist. Arsch. So, wir gehen jetzt Eisen machen. Und aus dem Eisen machen wir uns dann die Scheiße. Die Schablonen haben wir ja. Müssen wir mal gucken. Was ich nochmal für den Hammer brauchte. Da wächst schon einer. So, dann hält der wenigstens ein bisschen länger auf sich. Haha. Äh, hä. So. Ist auch perfekt, dass es neun sind, ne? So, während wir hier warten, kann ich ein Schluck aus meiner Pulle nehmen. Schmilzt das jetzt auch mal? War doch so, oder? Ja, eigentlich. Kann sein, dass es durch den Regen jetzt nicht schmilzt. Ah, okay. Es dauert. Es dauert. In der Zeit, können wir hier mal gucken. Guck mal da. Das Wasser eindringt. Da unten ist mal Eisen. Also, ich wollte jetzt hier mal genau zeigen, wo ich hier Eisen gesehen habe. Nämlich hier. Das war geplant. Natürlich. Wer was anderes behauptet, ist ein Arsch. Ach, guck mal. Ich wäre auch so runtergekommen. Okay, habe ich vergessen. Habe ich halt einfach in dem Moment vergessen. Es tut mir leid. Ich wollte es halt schnell zeigen, ne? Mann. So. Ja, komm. Hopp. Hopp. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Nicht wahr? Hätte natürlich jetzt auch das Eisen da unten mitnehmen können, schnell. Ups. Warum habe ich es nicht? Weil ich doof bin. Sagen wir uns doch, wie es ist. Was hatte ich da eigentlich drin? Lava oder so? Wie war denn das? Äh. Okay, anklicken konnte ich das hier nicht anscheinend. Okay, ich muss da wohl immer Lava-Eimer rein. Irgendwie war das, ne? Also kein Problem. Lava haben wir ja. Eimer auch. Also jetzt nicht dabei, aber wir haben Eimer. Wir haben Lava, wir haben Eimer, wir haben alles. So, was mache ich denn, wenn ich hier gleich rendere die Folgen? Also die erste. Können wir wieder auf Pokémon-Jagd gehen? Nee. Macht auf jeden Fall Spaß. Aber. Ist mir jetzt schon zu spät. Ich muss bald ins Bett. Ne? Muss immer wieder arbeiten. Halb. Nee. Halb vier oder so aufstehen. Frühs. Jetzt ist es schon gleich 18 Uhr. Von daher. Kann ich auch noch Simpsons gucken oder so. Irgendwas gucke ich noch. Und dann gehe ich ins Bett. Wenn die Folge die erste gerendert ist. Damit ich sie hochladen kann für Mittwoch. Das ist jetzt schon die Folge für die darauffolgende Woche Montag. Mann. Aber ich muss ja auch ein bisschen voraus provozieren. Äh. Weil ich diese Woche Samstag arbeiten muss. Und dementsprechend nicht so wirklich viel Zeit habe zum Aufnehmen. Am Wochenende. Und da ja das neue Let's Play startet. Nächste Woche. Also jetzt morgen. Um genau zu sein. Morgen startet das neue Let's Play für euch. Für mich erst. Noch nächste Woche. Äh. Da muss ich jetzt natürlich hier. Äh. Ein bisschen vorproduzieren. Denn ich vermute mal. Es könnte ein Spiel sein. Äh. Wo ich doch ein bisschen. Mehr auf einmal aufnehmen werde. Und. Ja. Dann eben nicht so viel aufnehmen. Ist ja gut. Äh. Wo ich da. Alter was guckt denn jetzt an? Wollt ihr mich verarschen? Wo ich ein bisschen mehr auf einmal aufnehme. Und. Äh. Dafür dann. Vielleicht geht auch mal einer ran oder so. Meine Güte. Äh. Was wollte ich sagen? Wo ich dann. Wo ich dann ein bisschen mehr auf einmal aufnehme. Und. Äh. Dementsprechend schaffe ich dann wahrscheinlich nicht da nochmal Minecraft aufzunehmen. Deshalb produziere ich jetzt diese Woche schon für nächste Woche vor. Ähm. Ich habe vermutlich. Irgendwo das Buch abgelegt. Ich weiß nicht wo. Wo ist das Buch? In welches Loch habe ich es geschmissen? Äh. Hä? Sag nicht. Ich habe das da drüben irgendwo. Ziemlich verarschen. Scheiße. Boah. Ich wette ich habe es da drüben. Das geht mir ja gar nicht auf den Sack. So Schablonen. Wie gesagt haben wir ja. So. Woraus könnte denn das Ding hier bestehen? Aus einem robusten Griff. Auf jeden Fall. Das ist der normale. Das ist der normale Werkzeuggriffschablone. Wann mache ich davon zwei? Auf jeden Fall Hammerkopf. Bindung. Aber wo ist der robuste Griff? Das könnte eventuell noch. Wo ist der robuste Griff? Habe ich nicht oder was? Muss ich doch haben. Nur eine Schablone. Ich habe doch so einen Griff gebaut. So eine Schablone für haben. Hä? Gibt es noch nicht. Ich habe jetzt keine Lust um neue Schablonen zu machen. Weil ich mir auch gar nicht mehr weiß wie es ging. Ich brauche den robusten Griff. Ich habe keine Schablonen mehr für einen robusten Griff. Was soll denn die Scheiße? Hm. So ein Mist aber auch. Blöd. Waren das? So eine Schablone. Wer weiß das noch? Ich jedenfalls nicht mehr. Scheiße. Scheiße. Ne, weiß ich nicht mehr. Jetzt mache ich erstmal die Dinger hier aus Eisen. Soweit wie ich kann. Äh, Eisen, Eisen, Eisen. Oh, habe ich auch schon mal. Okay. Habe ich schon mal drin. Ja, ist ja gut. Ich mache ja schon. Ich beeile mich ja. Lieber her. Arsch. So. Was ist das? Nicht. So. Ne. Hä? Ach so. Geht nicht. Hä? Hä? Hm. Hm. Mal steigen wir das gehen oder was? Nö. Hä? Okay, da geht's. Weiß nicht. Gebrochen scheiß Eisenbauer. Da wäre ich bekloppt. Dann wird das ja noch Jahrhunderte dauern. Auch nicht. Hm. Kann ich das nicht aus Eisen machen oder was? Ruhe ich dich dafür mehr als ein. Hm. Geht nicht. Neck mich. Scheiße. Okay, so viel dazu. Bleiben wir jetzt erstmal bei Stein. Fick dich doch. Oder wenn ich hier vielleicht könnte ich Nö. Auch nicht so. Oder so. Nein. Blöd. Hm. Ganz, ganz blöd. Okay. Macht aber nichts. Dauert es halt alles drei Jahre länger. War mir doch egal. Ich hab Zeit. Muss ich ihm nochmal nachschauen, wie es genau geht. Ähm. So. Machen wir so. 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 Rupp. Dich. Ins Knie. Ruppju. Ruppju. Und vor allem Ruppju. Stehst du da so alleine rum? Wird natürlich noch höher, ne? Deutlich höher. Es dauert nur einen Moment. Also. Eine Weile. Zehn Jahre. Bis ich hier mit dem scheiß Stein-Ding alles abgebaut hab. Weil's ständig kaputt geht. Mann. Kann man ja viel Spaß haben bei. Sehr viel Spaß. Ich habe so viel Spaß. Ich hatte noch nie so viel Spaß in meinem Leben. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie viel Spaß ich grad hier hab. Mann. Machst du mir Spaß, Spiel. So. Weiter. Immer noch hier so ein bisschen. Wupp. Wupp. So. Ah, wir sind schon beim Ramo. Sehr schön. Alles mitnehmen. Was keine Miete zahlt. Haha. Wupp. 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 Gut, dass keine Monster da sind. Sonst würden wir uns hier schon wieder mehrere davon um die Ohren fliegen. Das weiß ich genau. Genau. So. So. Äh. Hammer wieder. Der ist schon wieder fast kaputt, ne? Wahnsinn. Kann ich schon wieder reparieren gehen jetzt. Nach der Runde. Ne? So. Fangen die Katzen wieder. Haben wir doch irgendwas gefunden, was sie interessiert. Aber nicht zu interessieren hat. So. Wir sind durch. Wir gehen reparieren und scheiße abladen. Kohle. Wupp. 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 Also Kisten kriegen wir hier sehr schnell voll, möchte ich sagen. Dann brauchen wir noch endlos viele Kisten. Ach schön, wenn man hier reinkommt. Ich finde es sieht schön aus. Könnt ihr mal eure Meinung sagen dazu, aber ich finde es schön. kann ich nicht mehr. So. Kann ich mich auch mal selbst loben. Ausnahmsweise. Einmal mehr 100. Das ist alles weg. Das ist alles weg. Oh, das nicht. Ja, die Schablonen kommen wieder da rüber. Brauche ich ja dann nicht erst mal. Was ist denn da mit? Scheiße kommt hier rein. So. Nehm. Nehm. Da. Und da auch mal wieder den Stein auffüllen. So. So. Junge, Junge. Wie gesagt, da oben glows doch noch so. Sodass man die Fackel da nicht sieht, ob es trotzdem leuchtet. Das wäre schon schön. Aber das kriegen wir noch. Eines Tages kriegen wir das. Die haben wir auch schon gut geschafft, finde ich. Also. Ich sammle jetzt noch den Glumpatsch auf. Plopp, 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 plopp. I'm plopping in the rain. Aber es rainet ja nicht mehr anscheinend. Mhm. Oh, falsche. So. Ich könnte mal wieder Diamanten brauchen, ne? Dazu müsste ich wieder in die alte Hütte und da unten ein bisschen farmen. Hm. Habe ich da zwar auch keine Lust zu. Ja, jetzt sowieso nicht. Denn das war es mit dieser Folge. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, bleibt sauber und peace. Tschüss.